Was ist los? Custom-Brand-Fernsehen der Folge dieser Woche. Ich werde Ihnen zeigen, wie man mit einem modernen Protekse-Watt-Lazen aus einem Haus zu Hause macht, so dass die Milwaukee-French-Road in der Körner nur der Stand ist. Was ist toll? Ist es zu platzieren? Wir legen das Werkstück nach unten und messen es ab, so dass dieses elf sein wird. Dann gehe ich zu meinem Lokal. Gehe ich zum Listebein, wenn der Erststelle ein elf großes Quartat hat, so dass es hier wie ein kleines Quartatisches Symbol aussieht. Und dann wird die Behalte 279,4 betragen. Hast nicht gesehen, ist das so, dass das Werkstück auf die Harmen-Taste befügt und das bewirkt, dass sie die gesamte Parameter einhammen machen. Und dann wird ich meine Datei und weiß, mit der Maus der Überfahrer, wird das automatisch genau dort eingestellt und dann noch einmal überprüft, ob alles im Rahmen ist. Um dieses zu starten, dass alles gut aussieht. Dann bewege ich den Lagerkopf zum Werkstück vom Stand der Vier. Werkzeuge innen. Lagerabschicht dann den Block. Herzu starten. Ziehen, als es alles über den Bad verteilt. Da gehen wir rüber. Ich gehe. Ob ja, es gibt eine geschlossene Tür, die die Sensor aktiviert, um sie zu starten. Dass der Lager jetzt tatsächlich freut, jetzt müssen wir nur noch starten dürfen. Lagerabschicht. Okay. Teil interface-Genea. Das will ich nur noch ein paar Minuten... Ok. Das passt an. Einmal gut. Wenn es los geht, soviel wandert man, mein Haus in ihr Zuhause. Danke für's zu schauen. Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie die einfach in den Kommentaren runter. Ich werde Sie auf jeden Fall beantworten. Danke für's zu schauen.